Oh, ich erinnere mich daran. Warte, 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 wir sind nicht hier, um Probleme zu causieren. Ja, ja, wir sind hier, um zu sehen, die ... Dann war es entweder spannend oder anstrengend. Das war super cool. Wie leidest du dich entsorgen, Cutie, die dritte Königin des magischen Kastels? In kurzem, Ihre Majestät! Oh, ja, wir sagen, Ihre Majestät. Das ist exakt ihr Name. Nur Majestät. Die Königin hat keine Einzige mit Peisenden. Peisenden? Whoa, whoa, back up, who are you calling peasants there, buddy? Okay, I built this castle. All right, I came up with the name Magic Castle, so if it wasn't for me, you wouldn't even make it! Ah, excuse my underling, ma'am. Underling? Underling, yes. Uh, we are messengers from a land far, far away. We come with a very important letter for her Majestät. Hand it over. Oh, well, um, we need to see her Majestät in person. Hm, why? Ah, because they want to kill the Queen. What to do? Do you speak the truth? Of course, I never lie. I'm Dr. Kahn, the book of truth. Oh, I will, the Majesty, save us the new elephant III queen of the Magic Castle. I will just stop sucking up. Don't listen to him, all right? He's crazy, loco. He's lying. Oh, ja? Dann, warum nicht du die Bibel nicht an seiner Majestät zeigen? Vielleicht werde ich das. Okay, also das Problem mit der Bibel ist, dass es ein bisschen komplex ist. Aha, genau, weil es keine Bibel gibt! K. Blut! Ja, du bist im Knast. Ja, ich auch. Mit demselben... ...unangenehm blickendem... ...Klo. Klo. Oh Gott, Cody, warum hast du Präsenzellen gebaut? Na, weil alle Kasteln haben Präsenzellen. Entschuldigung. Dann machen wir die Regeln. Hey! Hat jemand uns gehört? Hallo! 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 Well, Glückwunsch, dass du... Oh, ähm... Du bist nicht der Ingenieur in der Familie. Gibt es dir? Was machst du? Ich habe das gebaut! Du hast es geschafft, zu sehen. Die Toilette hat keine Pipen. Ja? Es ist ein Toilkastel. Die Toilette gehen nicht ins Bett. Ich habe nichts mehr in die Toilette. Geh' greater! Ich kann das nicht der Ingenieur in die Toilette. Du musst nicht durch... Du bist zu fett. Ach, hör' nicht. Du machst es halt eng. Du machst dein Löcher halt eng. Je engertest du besser. Fällt gar nicht auf. Als ob du geforzt hast. Oh, du bist ein Magier. Und ich habe ein cooles Schwerz. Oh, nice. Magiert ja ein Rad von RPGs. Okay, mit E greife ich an, oder? Ne, mit Q war das sogar. Ah, das mache ich. A rechte Maustaste links. Oh, holy shit. Ich kann teleporten. Ein magisches Zauerschwert. Attacke. Oh, ich kann hier rüber kommen, oder? Nein. Flitzen. Ja, da musst du rüber. Ich kann flitzen. Ich bin Flitzer. Fast. Du musst noch zielen können. Du kannst auch flitzen, oder? Nein, ich kann teleporten, aber das ist bei weitem nicht so lang. Cool. Beide tot. Keine Gegner. Keine Gegner. Beide tot. Toll, jetzt muss ich alles hier... Toll, jetzt muss ich alles hier... Ich dachte gerade, ich kann das. Jetzt muss ich hier alles wieder neu kommen. Ich kann nicht durch die Tür. Ja, ich weiß, weil ich durch muss. Erst. Siehst du? Das kann ich. Ich glaube, du musst auf den Knopf dort. Nice. Genau den. Ja. Du musst dich jetzt hier ran stellen und... Ja, genau. Genau so. Ähm. Wie komme ich hier durch? Wo komme ich hier durch? Ich kann nicht. Ähm. Geh jetzt alleine weiter. Ach, okay. Ah. Oh, hier kommen Gegner. Ich erledige die schon mal. Alles klar. Ich gucke mich in der Zeit. Hey, ich will hier unten dann. Ich komme hier nicht weiter. Ja, ich will hier unten lang. Da sind unsere Gefängniszellen. Du hast dich wieder eingesperrt. Aber jetzt bin ich bei dir. Na komm mit. Ich geh jetzt weiter. Da musst du durch. Na rauf dort. Auf den Knopf musst du. Moment. Au. Ja, bleib stehen auf dem Knopf. Ich muss die erstmal killen. Die schießen mich sonst hier dauernd ab. Ich komme einfach von hinten. Du stehst dir auf dem Knopf und ich komme von hinten. Ja, da ist aber nicht genug Zeit. So, den kannst du killen. Okay, ich habe hier eine Lava Brücke. Ach, da kann ich einfach rüber schwingen oder was. Nein. Da muss ich hin. Du musst irgendwie was für mich machen. Oder komme ich hier so rüber. Moment. Ich kann eh drücken. Cool. Moment. Äh, nee. Lass. Toll. Ja komm. Kann ich vielleicht. Ja cool. Ich habe keine Ahnung wie. Ich habe aus Versehen. Warte, ich konnte eh drücken. Warte hier. Steht dort. Nee. Nee. E ist dein Special Angriff. Du musst irgendein Rätsel machen. Ach. Nee, Quatsch. Hä? Das hast du für mich gemacht, dass ich hier rüber kann. Vielleicht kann ich hier... Ja, ich weiß jetzt, aber ich... Kannst du irgendwas machen? Ich kann da eigentlich rüber. Warte. Echt schräg? Nee, das schaffst du nicht. Hm. Kannst du meine Kisten zerstören? Nee, kannst du denn nicht? Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht zu dir rüber hier. Ach, kannst du hier rüber? Ja, du kannst hier rüber. Kann ich mich auf den Knopf stellen und du kannst drüber. Genau. Hier rüber. So. Mach die Flamme aus. Ah, jetzt haben wir Eis hier. Warte. Mach schnell. Sehr schön. Ganz durchs Gitter durch. Du bist der Magier. Endboss. Ich bin tot. Keine Sorge, ich bin gut in diesen Spielen. Ich nicht. Ich muss mich gerade kurz regenerieren. Du hast einen E-Angriff. Nutze ihn. Ich bin tot, Mann. Ich bin tot. Aber warte, ich kann hier rüber. So. Das ist anders. Ah, ich bin in der Ecke. Ich bin tot. Da musst du leider kämpfen. Na komm! Oh, zack! Ich glaube, wir haben ihn besiegt. Wir haben den Magier besiegt. Wir können weiter. Jetzt zerstör das Tor. Ne, ich mach die beiden hier fertig. Nice. Und die drei? Ich kümmere mich schon mal um die. Nice. Die brennen hier alles nieder. Ich räume schon mal auf hier. Oh. So, nur. Hier geht's weiter. Nice. Und weiter. Hier geht's auch. Wer ist der Gegner? Na komm, ich hab Feuer. Oh, verdammt. Du musst hier Eis machen. Eisbrücke. Alles klar im Moment. Mehr Eis. Kommt vor, hier. Verdammt, ich bin tot. Äh, Modi. Modi muss nochmal zurückkommen. Ich muss jetzt erstmal hier killen. Ich steh hier hinten. Ich brauch eine Eisbrücke. Oh nein. Ich auch. Oh nein. Was? Ähm, Modi. Kannst du dich einfach kurz killen? Ne. Vielleicht spawnst du bei mir wieder. Ich spawn dort vorne, auf der anderen Seite. Sicher? Oh, ne. Hier musst du nämlich rüber. Hier. Oh nein, musst du nicht. Warte, ich hab eine Eisbrücke. Ich hab die Eisbrücke. Die ist von mir. Ich weiß. Aber ich nutze sie. Da. Hier. Rechts. Wenn du meine Brücke nutzen willst, dann musst du entweder ein Rätsel lösen oder mir Geld zahlen. Nö. Wie so ein Troll. Äh. 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 Was? Die Tür. Mach die Tür kaputt. Mach die Tür kaputt. Mach die Tür kaputt. Was zum Hinkau. atemhal Die Tür ist auch völlig. ÇTape. Es war alles völlig wichtig. Die Tür cariwork. Ich? Nee, nee, nee. Nö, nee. 09333 Beide tot. Ganz Level von vorne. Attackiere die Tür. Ignoriere die Gegner. Attackiere die Tür. Scheiß mal auf die Gegner. Die Tür ist wichtig. Die müssen wir rüber. Ich bin schon drüben. Oh, Kacke. Ich bin tot. Immer gleich. Ach du Scheiße, was ist hier los? Ist das ein Delt, ey? Wir gehen nicht anywhere. Was ist passiert? Wir haben es, glaube ich, geschafft und gleichzeitig nicht geschafft. Ne, haben wir nicht. Wir haben Schrödinger zu mitten gehabt. Auf die Tür. Halt dich nicht mit den Gegnern auf. Einfach durch. Einfach durch. Ihr sterbt sowieso. Und dann geht es. Ups. So, hier. Mach die Tür auf. Oh nein. Ich werde sterben. Ich bin tot. Bleib am Leben. Geh in die Hölle! Ja! Wir haben die Pferden gefrost gelöst. Du kannst nicht woher gehen! Ich mache die Türme kaputt. Puh! Oh Gott! Was zur Hölle war das? Das war verdammt beängstigend! Toll, Terminator! Nette Anspielung! Naja so nett fand ich es nicht. Von so einem Vieh! Hast du Terminator jemals gesehen? Ja! Ich glaube ich habe da mehrere von gesehen. Was? Bowser greift an! Ich Bowser! Zumindest dich schon wieder! Oh! Wir müssen ihn hier reinbringen! Wo rein? Du musst dich kennen! Beziehungsweise das Feuer kommen! Ich habe übrigens gar nicht ganze Zeit auf deinen Charakter gekommen. Ich bin gegen jemanden gelaunt. Ja ich irgendwie auf deinen! Nicht sterben! Ich hab' ein Ehepa- Wo bin ich? Ich hab' einen Ehepa- Wo bin ich? Wir müssen ihn in die Mitte locken. In die Mitte. Ach nee. Und? Auf seine Arme. Du rechts, nicht links. Ich mach beide. Auch gut. Das war toll. Das war Bowser. Was war so was von Bowser? Also der Chef von Nintendo Amerika meinen wir beide, ne? Ja. Du hast keiner an, dass der Chef von Nintendo Amerika mit Nachnamen Bowser heißt, oder? Doch, doch, doch. Gott sei Dank. Nachdem wurde ja ein Rekord ja wohl so benannt. Oh nein, jetzt was? Wir müssen ja nur den König zerstören. Und die Königin. Und einen Bauern. Nicht Bauern. Wir müssen eigentlich nur den König zerstören. Ich glaube, in dem Fall beide. Weil es ein Videospielboss gegen ist. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich konzentriere mich auf den König. Der König und Königin steht oben. Ja. Ich bin ja toll. Ich habe Feuer. 12. Da haben wir es schon. Ich feiere alles auf den... Kreativer Boss. Konzentriere du dich auf die Königin. Ich konzentriere mich auf den König. Ich bin tot. Ich habe Feuer. Ich habe Eis. Ich weiß. Können wir da das Konzept sind? Die ganze Kraft. So ein bisschen feiern. Bitte. Das hat Konzept. Ja, natürlich. Du kennst es. Gegen ein Schafspiel und die Figuren. Ich scyre mir einfach irgendwelche Tasten. Das ist... Mehr mache ich nicht. Das ist doch so cool. Na ja. Das ist doch ein paar Fältigkeit. Das ist doch... Warum hat es keine Handel? Du solltest wissen. Du hast es gebaut. Oh ja. Du bist richtig. Oh ja. Ich erinnere mich. Der Russe. Da geht's. Schaut? Ich weiß, was ich mache. Verdammt. Da ist es schlecht. Wir reißen ihn einfach auseinander. Okay, jetzt kommt dieser Teil. In der deutschen Besitzung heißt Safanti, die Elefantin. Und nicht Cutie ist es. Irgendwie, ja. Warum man das übersetzen musste. Das ist so seltsam, bringen wir sie um. Nein, nein, nichts ist falsch. Nein, ich will sie nicht umbringen. Das ist wirklich super großartig. Ich kann sehen, dass du nicht glücklich bist. Aber du brauchst einen Hügel. Ich kann es nicht. Oh. Was machst du? Wir töten sie. Oh. Töten sie? Warum willst du mich töten? Es ist eine berechtigte Frage. Ja. Sie hat einen Punkt. Sie hat einen Punkt. Nein, nein, nein. Warum wir das machen. Nein, nein, nein. Sie hat einen Punkt. Ich habe keinen Punkt. Ich bin sorry. Das wird schrecklich. Oh Gott. Ich will, dass es nicht, was jetzt passiert. Sie fliegt zum Hafen. Oh nein, Maylux. Sie ist weg. Sie ist weg. Sie ist weg. Sie ist weg. Sie müssen sie nicht mehr töten. Oh Gott. Das ist so schrecklich. Das macht nicht voll Sinn. Sie ist abgestürzt. Ja. Ich glaube, das ist die Art, wie der Kucki schlägt. Oh Gott. Ich glaube, wir gehen dann mal. Wir machen Schluss, oder? Äh, ja. Ich habe die einzig richtige Entscheidung getroffen. Wir kennen oben. Wir kennen einfach oben. Oh mein Gott. Nein. 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 Aha. Was tust du? Wir müssen sie angeln. Könntest du bitte von den Pfeilen runtergehen, damit wir sie auch kriegen können? Du willst sie kriegen? Das Spiel muss vorangehen. Daneben. Oh nein. Daneben. Mach du die Pfeile, ich springe auf, wenn es fett ist. Alles klar. Sag nur wann. Ah, sie ist gut. Jetzt. Daneben. Du musst, glaube ich, ein bisschen weiter vorher, wo sie gleich hinläuft. Alles klar. Jetzt. Ja, das könnte klappen. Nein. Das klappt. Nein. Warum klappt das? Bitte nicht. Oh nein. Hörst du, bevor sie erläutert hat. Nein, ich komme nicht, Molly. Gut, wir gehen. Wir gehen einfach. Ich kann das nicht. Das ist so schrecklich. Wir sind wirklich sorry für das. Wir gehen einfach. Wir gehen einfach. Wir gehen einfach. Bitteiencies, überlecht. Cheers. Eines ficar. Wir gehen einfach. Bye. Da war. Untertitelung des ZDF, 2020